Lauft! Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Resurrected zusammen mit dem Deedle einem Handel zu stimmen. Willst du mir noch schenken? Du hast mich gerade angehandelt. Ja, beim letzten Mal... Schau ab mit dem Schmutz. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, Anja befreit. Und jetzt haben wir die Aufgabe, in das Portal bei Anja zu gehen. Ach, stimmt, das war das. Ich habe schon wieder alles vergessen. Was spielen wir hier eigentlich? Es ist gerade mal eine Woche her. Ab in Nidlertak's Tempel, um dort den bösen, fiesen Nidlertak zu besiegen. Nidlertak zur Nose fern der Heimat. Findet Nidlertak in den Hallen von Wort. Ja, diese Quest würde... Achso, okay. Ja, das ist mal wieder die Armee der lebenden Toten. Wenn ihr mich jetzt mit einem Eisfall töntet und mit dem Eis gekillt werdet, das versprettern die manchmal. Dann könnt ihr nicht mehr wiederbleben. So stehen die alle noch einmal mindestens auf. Vollmerklich. Gibt es ja noch mehr, ich hole Optimale an. Dann nervig, dass sie alle... Alle einzeln kommen. Aua. Hallöchen. Aua. Aua. Macht einen Scham. Ich wundere es echt, dass wir so überhaupt so weit gekommen sind bisher. Obwohl wir echt, ich glaube, wahnsinnig underleveled sind. Wir sind halt gut. Ja, wirklich. Aber da du mit dabei wirst... Würde ich das bezweifeln. Ich glaube, dass ich eine sehr gute Amazone habe. Ich glaube, dass ich eine sehr gute Amazone habe. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Das ist aber echt Ironer. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Achso, ahja, hier muss ich rein. Ups. Ich stell mich wieder an. Ich bin der letzte Dulli, ey. Ich bin der letzte Dulli. Die komischen Nachtdosen machen jetzt irgendwie damage, Leute. Die sind absolut on-rage. Ich bin fast fliegen lassen. Lediert ist egal. Unwichtig. Zu schwach. Ist mir egal. Ich bin ja auch schwach. Jo. Na wenigstens siehst du das eine so in Ordnung. Man kann einfach hier durchhören. Bam. Bam. Kriegen nur Heir-Tränke, wo sind die Maler-Tränke? Ja, ich bereite auch langsam wieder welche. Hast du dir keine gekauft zu Hause? Die gekauft zu Hause? Was ist das? Ich brauche Mana! Ich brauche Mana! Heir-Tränke habe ich genug. Damit. mit jetzt findet sich ein Abnehmerwerke ja ich nehme alles Müll mit meinem Inventar voll mein Gott ist es in die Pfade gehört ja ich weiß nicht die Titel bei mir dauern Alter der Block nicht aufnehmen ich merke wie leid es sich tut ich glaube unglaublich da ist sie nicht so toll Egal, Hauptsache ich kriege den Löhnen und nicht du. Hat er sich echt in den Schrein gekreisigt? Ja, du bist echt ein... Guter Stealer geworden im Laufe des Let's Plays. Ja, wenn ich das eine Sache nicht gelernt habe. Tja, den war ich zu weit weg. Ja. Oh, aber der hat sich schon mal abgecheckt, war aber falsch gewesen. Schade. Der erste Weg. Oh mein, hilft dir nichts. Ach. Ach. Und die habe ich bekommen, oder? Nein, was? Du könntest mal die schlechte... Äh, was ist denn die Schriftrolle des Widerstands? Was macht ihr damit? Ist das eine große, viereckige Rolle oder was? Ja. Na, jetzt hast du sie bekommen. Du kannst sie rechtsklicken, dann kriegst du Widerstände. Das ist das, was ich letztens von Mara bekommen hatte. Aber du angeblich nicht. Achso. Ist das gut? Soll ich das machen? Ja, ja. Ist das okay. Ist eine gute Quest mit mir. Hey, du kannst immer die schlechte Dämon, die da Scherper aufsammelt, die hier liegt. Ob die besser ist, als dann die jetzige, weil die hat extrem viel Base Defense. Und gibt dir halt diese 12 Plätze. Ich habe 12 Plätze und... Und? Weniger. Ähm, warum zur Hölle habe ich plötzlich nicht mehr 60 Stärke? Hast du Items abgelegt? Hattest du einen Schreien vielleicht gehabt, der die Stärke hat? Ach ne, ich glaube, dass einfach nur meine Punkte zurückgesetzt worden sind. Ja, ja. Seltsam. Ja, erst mal war irgendwie verpackt. Ähm... Ja, ist gut. Ja. Ich überlegte gerade, was besser ist. Ja, aber wahrscheinlich die... Danke. Gerne. Es war eh ne schlechte. Also theoretisch gibt es die noch in viel besser, aber man muss hier halt nur finden. Weil ich tief extrem schlecht. Aber ich habe genau das gleiche. Ich habe auch nur eine Dämon der Scherper, ne? Aber halt nur... Magisch ist es zwar zu reden. Also ich muss mal sagen, hier in Akt 15 findet man echt geile Sache. Auch die... Der Helm oder... Die erste Kappe... Kriegsgut. Die... Die sieht aus wie die Kappe aus Akt 1. Gibt ja auch exkennste Zutaten. Und mir hat sich der Hattank im Flug gekrallt hat. Ah, ich habe beide! Als ob er jetzt keinen aufgehoben hat. Weil er erst außen rum rennen musste. Los mit dem. Ich habe ein paar Ringer, die... Weiß nicht, vielleicht gefallen sind hier. So, 13 Energie finde ich gut. Und mal da vielleicht eins, was ich gebeint hätte. Aber 13 zu Energie finde ich nicht verkehrt. Und 5% bessere Chance, magische Gegenstände zu finden. Ähm... Uh, Kettenblitz auslösen. Naja, es hat schwierig. Ich kann eigentlich keinen meiner jetzigen ablegen. Wegen der Stärke oder was? Ja. Außerdem sind sie auch irgendwie nicht schlecht. Aber halt irgendwie auch nicht... Gut. Haha. Ich verstehe was du meinst. Ich kann den Tierrutsch austauschen. Ich finde Level 3 Ketten sitzt zu zaubern. Das wird sich verkehrt. Was? Nimm doch den Drang! Äh... 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 Ich habe einen Drang genommen. Das ist, was mich am meisten ärgert. Aber er hat einfach... Ist einfach nichts passiert. Ähm... Naja, weil der Drang... Langsam dich heilt. Ja, ja, aber... Was du machen könntest... Normal zeigt er das schon so... Rot eingefärbt an, was er heilt. Und das hat er nicht mal angezeigt. Du könntest Regenerationstränke... Auch in dein Gürtel legen. Die heilen dich nämlich instant. Ich bin überladen. Na, wo ist denn mein Leiche? Da ist ja... Wir haben jetzt 20% weniger schnellere Zauberrate, aber... Naja... Passt schon. Ich weiß ja nicht, ob das mit dem Kettenlitz funktioniert... Wenn ich nicht... Wenn ich nicht mit normalen Teckeln. Ich bin nur mit Zaubercaster. Das muss ich mal ausprobieren. Bisher habe ich noch keinen Kettenlitz gesehen. Ich glaube, das muss ich echt nur auf dem Nahkampf... Oder auf normalen Angriffen. Hey! Hör! Der hat immer auf Teleportet. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich versuche das Ding einzusammeln. Herrlich. Ups. Ich habe sogar einen Klegler. Irgendjemand hatte von uns Kleglers. Ja, ich glaube, ich habe sowas. Bei mir ist auch was grün. Ich weiß nicht, warum es von mir angezeigt wird. Irgendjemand hat Kleglers Kneifer. Ja, ich habe die Kralle. Ach echt? Ja. Das ist leider einen Einhand-Sperr. Das ist natürlich schade. Jetzt hätten wir, glaube ich, das Set vollständig. Ich habe, glaube ich, scheinbar Kleglers Kneifer im Stash. Weil sonst würde es mir nicht als grün angezeigt werden. Ja, komm gut so. Du kannst ja da mal Just davon komplett anlegen, das Set um zu schauen, was es als Bonus gibt. Kann ich machen. Aber dafür müssen wir erst zurückgehen. Ja. Wäre vielleicht eh nicht schlecht. Was findest du? Ja, ich habe halt sozusagen im Inventar, was ich verkaufen will. Minuten Sache. Abend. Dann gehen wir nochmal zurück. Muss ich ja... Okay, also die Server sind gerade extrem ausgelastet. Na ja, ich habe Kleglers Kneifer noch in meinem Stash. So, das Geld kommt alles hier rein. Jetzt stehst du da. Ich wollte kurz sagen, hä? Bei mir bist du da gar nicht. Kannst du ja mal anziehen und schauen, was du für Set-Items kriegst. Äh, Set-Bonus. Ja. Grün ist so eine geile Farbe dafür, finde ich. Ich finde es schöner, wenn es noch so ein helles Blau gibt. Nicht so ein dunkles, sondern ein schönes. Set-Bonus. Plus 280 zu Angriffswert. Kann der Amazon auch mit Nahkampf kämpfen? Wahrscheinlich nicht, oder? So. Geht eher auf Bogen. Bogen und Sperr, meine ich jetzt aber. Achso, ja. Ups. Scheint nicht. Weiß halt nicht, wo ich das sehe. Was? Aber warum sollte es nicht gehen? Na, weil du eher Sperrfähigkeiten, Bogenfähigkeiten hast, was? Achso, meinst du, dass ich keine Fähigkeiten hernehmen kann? Das kann gut sein. Ja. Ja. Ja, ne, ich kann nur normal angreifen. Ach, guck mal, ich kann mal den noch sockeln. Das bringt dann meinst du nix. Leider nein, ne. Braucht man halt Krieger dafür, ne? So, dann schauen wir doch mal. Die Runen. Auf Rüstung. Giftwiderstand. Ich überlege gerade, ob Bahl Gift hat. Ich weiß nicht. Andere Widerstände, ne? Ich auch nicht. Hm. Aber ich könnte mal eben meinen Topaz verbessern. Vielleicht kriege ich da noch was. Um magische... ...magische Dings zu kriegen. Mehr magische... Vielleicht weißt du, was ich meine. Magische Chance, Frieden schnell zu können. So. Achso. Ist nämlich eigentlich auch ziemlich wichtig, das zu verbessern. Oh, ich... Ja. Ich muss zurück. Ich habe einen Bogen gefunden, der zwei Slots hat. Nice. Bei wem kann ich ihm einen dritten geben? Ist egal, wie gut der Bogen ist, oder? Ich habe einen gefunden und... Er darf halt nur nicht... Er darf, glaube ich, nur nicht magisch sein. Er darf nur nicht blau sein. Er muss weiß sein. Nein, er ist Standard. Doppelt gesockelt. Aber egal, wie viel Schaden der macht. Er macht jetzt schon nicht weniger als mein normaler. Die Runenwörter sind halt extra Stats. Du kannst mal gucken, ob du schon mal... Weißt du, gibt es hier einen Browser? Nee, gibt es keinen Diablo-Browser. Du musst halt über Google über deinen normalen Browser gucken. 6 zu Stärke, 8 zu Geschick. Und dann musst du halt einfach mal Runenwörter googlen und schauen, was es macht. Runenwörter, Diablo 2, Retaracted. Dann werde ich mal die Runen noch aufheben, falls du sie gleich brauchst, vielleicht. Ähm... Nein, ich will eigentlich... Nein, dann... Ach... Scheiß-App-Blocker. Hast du... Ein Scheiß-App-Blocker. Aha, du benutzt also App-Blocker, um meine Videos zu gucken. Nein, eigentlich nicht. Aber... Aha, du guckst also meine Videos nicht. Nein. Das stimmt schon eher. Du Arsch. Nein, erfix nach die Bohne der Runen selbst. Ein Runen-Wort mit 2 Runen funktioniert also nicht auf einem Gegenstand mit 1, 3, 4 oder 5 Sockeln. Es gibt 5 Sockel? Es gibt 5 Sockel? Gegen die Stände? Eigentlich nicht. 3 ist das ein Maximum. Wahrscheinlich, wenn du aus 2 Kapiten das für Lasek mitmachst. Hm... Das ist in der Richtung... Ja, das ist so... Verkehrt. Okay. Okay. Runen-Farm... Jetzt kann ich ja... Runen-Wörter-Tabelle. Ü-Ber-Sicht. Gehypt ist auf die Runen-Wörter. Hier, irgendwas für... Bogen. C4. C4? C4. What at? C4. L21 Runen-Wort, Gegenständ, Bogen. Plus 25% schneller rennen, 25% schneller angreifen, 33% erhöhter Schaden. Vielleicht solltest du gucken, was du für Ruden hast, um daraus Wörter zu bilden. Ja, aber es sind ja aber-tausend-Wörter. Richtig, ne? Dann such dir doch einfach raus, was du hast. Eine Neff-Rune, eine Tell-Rune, eine All-Rune oder so. Und dann suchst du einfach mit der Such-Funktion. Dann schaust du, was passt. Das ist eine Fummel-Arbeit, ja, gebe ich zu. Ja, aber Ort-Et ist das dann aus der Ort- und der Et-Rune oder was? Wahrscheinlich. Et habe ich, ja. Ja. Aber solltest du nicht eigentlich drei Sachen sein? Na, Ort habe ich auch, ne. Aber es gibt wohl auch mit zwei. Und dann gibt's Et-Rall-Ort-Tal ist mit vier. Na dann, probier aber was aus. Ich könnte sogar auch einfach zwei machen. Wenn ich den Bogen jetzt ausrüste. Und wie heißt der Ort-Et? Erst-Ort, dann Et. Oh ja, dann habe ich das alles. Plus 33% erhöhter Schaden. Minus 25% Zielverteidigung. Plus 66 Angriffswert. 1-50 Blitzschaden. Plus 25 Verteidigung. Aha. Achso, jetzt kann ich die Runen aber dann nie wieder rausnehmen. Ups. Ne. Okay. Man kann es nicht mehr entsockeln. Egal. Ich schau mal, ob ich noch was... Gibt's noch? Für Rüstungen? Ich will für... ...einen Feuerball. Feuerwand. Rüppelschwert. Stangenwaffen. Schwert. Schwert. Ich suche Sachen für Bogen. Tal-Dol-Mal. Ich brauche auch einen besseren Schild. Ich habe immer nur Müllschilder. Gletschernadeln. Feuerwand. Also ich kann ultra viel Gift machen mit Tal-Dol-Mal. Hab ich Tal? Hab ich? Hm. 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 Okay. Ich habe für Tal-Dol-Mal eindeutig nicht genug. Ich glaube eh ist das einzige Wort, das ich wahrscheinlich machen kann. Was habe ich denn? Tal-El-Or-Nephral-Tier. Okay. Tier-Tal-Am-M geht auch nicht. Ja, mach das mal, wenn ich hier nachdenke. Am-Tier. Am-Am habe ich nicht. Rall-Tier-Tal-Sol. Soll habe ich glaube ich nicht. Das klingt wie so ein Behindertal. 2015 5. ettl-Mal. Unum. 마음los gibt es schon. In der Schild ist das ja auch möglich. Aber auch schon jetzt wäre es möglich. Die haben sich ihnen PRESCO- formativflseat erklärt. 마. Was hast du wiederając gemacht? Na weg. Verkauft habe ich sie. Hast du behindert? Was war meine? Das war mal bater. He Ст diggmadescherkund. Was hast du denn noch für Runen? Äh, Nef, Ort, El, It, El, Tier, It, Tal, Tal, Rall, Tull, Tal, Rall, Rall, Tal, Tal, El. Ja, du hast El. Und was war, du hast noch irgendwas, was ich hab. Du hast... Nef, Ort, El. Du hast Ort. Elde? Was kann ich meinen, einer? Äh, ja. Das ist für Bogen. 160% erhöhter Schaden, Eifer, Bonusangriffswert, Amoklauf, Angriffsgeschwindigkeit. Aha, Amoklauf, aha. Herz des Wiesels, was auch immer das ist. Treffer blendet Ziele, veranlasst Monster zur Flucht, Blitzschaden, Angriff gegen Untote, erhöhter Schaden gegen Untote, extra Gold. Mhm, mhm, mein Gott, es gibt viel zu viele Runen. Achso, aber das ist ja irgendwas mit 4, das kann ich ja gar nicht. Schall um Tier, hast du Schall? Ne. Das bringt mir nix. Teil hast du nicht. Ne. Jetzt schall ich doch oben in der Liste. Was ist, ich kann eh nur Sachen mit 3 anbringen. It, el, et. Geht nicht auf Bogen, okay. Ist wurscht. 4, 3. Am hast du nicht, am, n. Ne. Okay, bringt mir nix. Ich sortier die gerade mal in meinem... Bringt mir nix. Bringt mir nix. Hast du Schall? Immer noch nicht. Okay, bringt mir nix. Ja, ich muss nochmal fangen. AMN hast du nicht. Well, hast du nicht. Tal, dol, mal könnte ich haben. Hast du doll? Wahrscheinlich hab ich... Ne. Ich hab doll auch nicht. Okay, Tal, dol, mal geht auch nicht. Fall, um, um. Geht nicht. Ähm... Ja, Gull, endet. Geht sich behindert, muss ich sagen, ne? Geht auch nicht auf Bogen. Ich hab schon das einzige, was auf Bogen geht, was wir haben. Na, dann mach's doch. Ja, hab ich schon. Na dann, let's go, weiter geht's. Aber es ist halt 3 bis 23 Schaden statt 10 bis 16. Wie viel, 3 bis 23 statt 10 bis 16? Ja. Ja, das macht keinen Unterschied. Min Max ist genau das gleiche. Also minus 7, bei dem anderen hast du plus 7. Du kannst zwar auch weniger Schaden machen, kannst aber auch gleichzeitig genau mehr Schaden, mehr dazu machen. Ja. Also 3 bis 10 ist das gleiche wie 10 bis 16. Aber dafür... Ja, mal schauen. Ich schad's einfach, wo ich mehr Schaden mach. Lass mal den Browser wieder wegmachen. So. 20 Minuten damit zugebracht, komische Wörter auszusprechen. Wo ist eigentlich dein Portal denn? Du hattest ein Portal gehabt. Ja, ich hab zwischendrin schon gekämpft. Achso, schon. Wie bist du da? Es kommt einfach, als ob ich... Als ob es besser ist. Keine Ahnung. Die lauft falsch, aber egal. Ich bleib vor allem erstmal hängen. Ich weiß, das will ich hier schon machen. Brennen wir uns also wieder, ja? Tja. Ah ja, macht alleine eh mehr Spaß. Wo kann man sehen, wie viel Schaden man macht? Ach hier. Unter A. Dann mach ich jetzt 18 bis 100, so. Und mein explodierender Ding 176 bis 201. Ey, immer machst du mal ein bisschen was. Und sonst mach ich 32 bis 37. Dann ist 18 bis 100 schon besser, oder? Und 191 bis 220. Sorry. Ja, mein explodierender Pfeil macht halt ein bisschen weniger Schaden dann. Aber dafür macht mein Normand mehr. Ach egal. Ja, scheißegal. Ich hab Level... Ich hab Level 29 erreicht. Freust du dich? Super. Oh. Ich war... Ich hab gerade Level 28 erreicht. Ah ja, ist okay. Jetzt muss ich mir eine Fertigkeit-Ruhr aufhören, weil ich die Feuerwehrherrschung brauche. Für die Hydra. Welche Hydra? Das ist mein gradiges Spoiler. Achso. Ich dachte, es wäre irgendeinem Gegner. Nein. Die Hydra, die der eine hohe Rad benutzt hat in Travinkal. Diese... Diese schnellen Viecher. Ah ja, ich weiß schon. Oh, mein normaler Angriff macht endlich Schaden mit dem Blitz. Kannst du mal deinen Bogen im Chat-Chat zeigen? Ja, kann ich gleich machen. Ich meine nur... Ich muss es auch mal sehen können, auf meine drei Viewer. Ich war so weit weg! Ah, ich wollte diesen Ring haben. So, das ist mein Alter und das ist mein neuer. D4. Das ist schon geil, so dass sie einfach legendär dann sind. Naja. 7% Chance, man getroffen, Schufe 1 ist auch mega gut. Das ist doch schon eine nice Sache. Das hat eine Fähigkeit vom Gericht. Ach, Mann, Alter, du bist echt... Du, du, das nächste ist aber auch schnell weg, ne? 1 für 50, Blitzschaden ist ja heftig. Dann ist ja 3 bis 23, ja locker, ist das austauschbar. Das ist aber gut. Ich habe gerade gehört, dass der Amulett gedroppt ist. Hast du mitgenommen, mal? Ja, ich gehöre. Wann Mund geht's? Habe ich auf 3 Kilometer gehört, dass der Amulett gedroppt ist? Einer, wo geht's denn her eigentlich mal runter? Ich kann mich nicht mehr tragen. Mir nicht. Na, genau. Das sind wir scheiße, was ich haltet finden. Es gibt keine Befassung, als die Router wahrscheinlich. Aber das war da unten langlaufen, ist nicht schlecht. Na. Wir haben eh fast die ganze Map einfach abgecheckt. Wir sind natürlich immer falsch gelaufen. Das ist stand an. Ja, immer wieder. Jetzt gehe ich richtig. So viele möglichen gibt es auch nicht mehr. Ich könnte theoretisch auch jetzt Gletscher-Nadel benutzen. Oh, ein kleiner Schauber, der hat mir einfach gesmackt. Nein! Leise. Ich dachte, du hast gerade deinen Dingsbogen abgelegt. Nein. Aber egal, ich will hier keinen großen Zauber mehr, weil... Guck mal, hier, das ist der Gletscher-Nadel. Ich hätte auch gerne gekrascht. Also, da kann man die Gene einfach einführen, ganz sehr besser. Man kann einfach killen. Aber... Ah, schwierig. Na, ich will halt nicht umskillen. Ich weiß, ich finde Feuerschaden schon extrem hoch. Oh, das ist eine Kiste. Ja, kann man irgendwo umskillen? Ich würde nämlich eigentlich schon ganz gern. Na, du kannst bei Akara, konntest du am Anfang, es ging im normalen Diablo 2, glaube ich nicht, kannst du deine Fähigkeitenpunkte zurücksetzen. Na, jetzt. Naja, ich muss da in Akt 1, muss da in Akt 1 zurücklatschen. Na, ich nehme mich da nicht hin teleportieren. Na, zum Wegpunkt halt, na. Ja, und? Das ist nicht trotzdem, nicht so der Umweg. Was willst du von mir? Teleportiere ich zurück und gehe da hin, wenn du deine Punkte umswitchen möchtest. Das Problem ist aber, einer muss hierbleiben, weil du verlierst halt den Fortschritt, den du auf dem Map siehst, wenn du den Akt wechselst. Na, lass uns mal so machen, wir werden erstmal den Wegpunkt suchen. Genau. Oder einen bestimmten Punkt erreichen. Und dann können wir das gerne mal zusammen machen. Endlich geht's weiter. Das wäre super. Ist hier unten ein Wegpunkt, oder was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Wie viel Schaden macht das Ding eigentlich? 16 bis 24 macht halt nicht viel im Vergleich zu... ...deine Feuerbeine. 200 bis 300 Schaden. Ich weiß nicht, ob ich den Weg schuze. Ich frage. Ja, aber wollen wir vielleicht der ersten neuen Part anfangen. Jetzt schon. Ich nehme schon 28 Minuten auf. Vielleicht auch, was recht. Ich habe gerade bei 26 Schaden geschaut. Na ja, das machen wir mal so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns mal nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Japlo 2. Tschüssi, bis dahin. Ciao, ciao.